Und am 14.15. sind wir im Berliner Ensemble, jetzt in ein paar Tage. Und da singen wir Brecht und wir feiern Brecht in echt. Und das Thema Zwangspsychiatrie ist eins unserer Hauptthemen. Unsere Freunde vom Konterkan-Netzwerk kommen wieder mit dem weltbesten Leierkastenmann. Meine Mutter Eva-Marie Hagen und die wunderbare Sängerin Marie Biermann kommen aus dem fernen Hamburg zu uns nach Berlin, ins Berliner Ensemble. Und wir werden, wie gesagt, da auch nochmal für die Rechte der Menschen in den Psychiatrien das zum Thema machen. Und über unsere PADVFÜ auch nochmal aufklären. Unsere www.pADVFÜ.de ist nämlich die zurzeit noch einzige rechtswirksame Schutzmaßnahme gegen psychiatrischen Zwang. Und ich, Nina Hagen, bin die Schirmfrau dieser wunderbaren Initiative www.pADVFÜ.de. Und bitte macht euch schlau, informiert euch, besorgt euch alle eine PADVFÜ. So lange, bis diese Sondergesetze noch existieren, brauchen wir die PADVFÜ. Und wenn dann diese Gesetze nicht mehr existieren und die Psychiatrie reformiert ist und wieder gewaltfrei ist, ja, gewaltfrei ist und wenn hier in unserem wunderschönen Deutschland keiner mehr Angst vor psychiatrischem Zwang und vor psychiatrisch-psychopharmakologischem Zwang haben muss, dann haben wir es geschafft, Leute. Ich wünsche euch einen guten, wie sagt man, das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen. Und ich hoffe noch auf meine Freunde von der SPD, dass sie sich mal hier ganz klar und deutlich nochmal Stellung nehmen. Herr Steinbrück, wir brauchen Ihre Klarheit, Ihre Deutlichkeit. Bitte antworten Sie doch nochmal ganz deutlich auf unsere Wahlprüfsteine, ja? Sonst schicken wir Ihnen Herrn Steinmeier hin. Also hier nochmal eine Bitte, nochmal alle, die da sind und die bereit sind, auf ein Foto sich auch zu erscheinen, nochmal hier hinstellen, damit wir ein möglichst großes Bild hier kriegen. Alle herkommen bitte, alle herkommen, alle herkommen, alle herkommen. Alle herkommen, 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 alle herkommen und bereit sind hier. Und auch weg, weg mit Paragraph 63, erst illegal so sich zu zeigen, Gesicht zeigen. Ja, hier pfilt nach vorne bitte, ja, so, die Fotografen, die Kamera. Ja, super, das ist ja perfekt. Roman Knie. 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 Ich kriege ihn allein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Geist ist krank, Ihre eigene Entscheidung.